willkommen liebe minecraft freunde so heute wollen wir uns mal langsam auf den weg machen was wir beim letzten mal entdeckt haben da die schöne schlucht weiß mal überlegen habe ja im hintergrund die musik auch wieder laufen aber die musik ein bisschen leiser gemacht weil wenn ich nach in die höhle gehe dann höre ich die monster nicht also die creeper höre ich sowieso nicht wenn die creeper kommen die schritte meistens die schritte von den creeper die sind ja immer sehr leise macht ein spiel ist spiel ist natürlich lauter machen aber dann ist es ja auch nicht so spannend für euch und ich kann mich schon erschrecken wenn die creeper wieder von hinten kommen und tschischt und bärm ne ihr wisst schon so alles weg was ich nicht brauche das kommt erst mal ganze holz brauche ich nicht passt ja gar nicht mehr rein weil ich keinen platz habe so jetzt haben wir ein bisschen mehr platz so erde muss mit zum hochbauen ist immer wichtig die angel die muss hier bleiben die rose muss auch hier bleiben die angel wäre noch hier so viel kram noch das alles durcheinander ich ja ich weiß ich muss sortieren und der keller muss auch mal fertig werden eisen bräuchte eisen muss ich eisen mitnehmen nein eisen muss ich nicht mitnehmen damit vielleicht dass ich mein inventar obwohl naja einmal wenn ein paar einmal herstellen wegen lava sie kommen noch wir brauchen nämlich lava ach komm wir machen zehn stück wir haben es doch wir haben es doch an eisen bruchstein brauche ich nicht komm erst mal in keller obwohl ich nehme jetzt mit ich nehme noch ich gehe jetzt nicht in keller bin jetzt gerade voll im keller zu laufen so dass das stück ist so viele nein da brauche ich vielleicht nur die hälfte naja nehmen wir auch mit so gehen wir noch mal schlafen ich glaube ja ja müssen wir wir müssen ja dahinter im berg müssen wir rum so jetzt haben wir ausgeschlafen und jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt geht's los wo kann ich sagen da ist eine hexe das ist ein skelett mit der verzauberten rüstung der brennt gar nicht der hat hier brandschutz war droppt aber nur ein pfeil naja so ist welcher mal spannend gespannt ich bin gespannt was ein deutsch ich bin gespannt ich bin gespannt gespannt bin ich auch richtig gespannt wie er gespannt ist also der creeper ist auch gespannt so kommt mich wieder rein ich will da rein ich springe runter juhu schöner wasser fahrstuhl hier was haben wir hier monster natürlich wo mein freund halt mal still hier ich sehe nichts seine schöne schlucht aber keine mine ist da oben eine höhle ne das wäre eine schöne ecke für so eine mine aber naja das zombie was ist da denn alles kleines gelehrt da sind fliegende ja ihr wisst schon wie heißen die dinge nur ist tot aber hier ist nichts weiter hier ist auch keine mine und gar nichts kommen wir da hinten rum ich wollte eigentlich nicht runter jumpen ok kleine flitzer am start hier ist noch eine schlucht oben ist kohle und ist da vielleicht eine mine nein das ist zwar dunkel aber da hast du holz ne nein schade ich höre gar nichts ich habe vorhin noch gesagt die musik ist nicht so laut also ja also habt ihr leise gestellt so leise ist ja auch nicht egal aber das war es auch schon mit der schlucht hier ist ja nichts mehr da oben ist nur stein für euch ist das dunkel ich sehe das ein bisschen da oben ist aber nur stein alles nur stein stein keine schlucht schlucht schulden aber keine mine und ist bücheri 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 ja schön so weiter hinten von da sind wir gekommen ne ja 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 ist ja gut ist da oben höhlen eingang und dann mal gucken hm tja schade da haben wir ein anderes vorgestellt ne egal skelett nervt dann gehen wir wieder raus oh 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 ist da ein anderer eingang noch oder was da müssen wir doch mal gucken da geht es noch weiter runter ich muss was essen ich muss unbedingt was essen ist hier noch ein versteckter weg oder ist er gleich ende ne hallo hm das war's ok ja da kommt ein freund von hinten hat sich aber irgendwie falsch angehört ein freund kommt von hinten äh ja hm na mal sehen ob wir noch was anderes finden was interessanter ist blub 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 ach jetzt sind wir hier beim berg wieder ok was haben wir da hinten obwohl der berg ... hala ... lalaalau lalao lala hallo schweNchen hab ich überhaupt den Kompass mit? Ja ich dachte schon ey So, jetzt sind wir glaube ich schon bei uns in einem Haus, irgendwo, guck mal, ist ein Ei, danke schön, das Eignen wir doch gerne mit. Genau, jetzt sind wir bei uns in einem Haus, hier ist der Ausgang, hier ging es ja auch noch runter, ne? Dann schauen wir mal, was wir hier haben, irgendwelche Tiere, die da rumhüpfen, warte mal ein bisschen Licht machen hier, das ist Lava, die nehmen wir gleich mit, Eimer, bitte, ich geh mal ein Eimer. Da geht's wieder raus. So, wo sind wir hier, okay, hier ist ja viel los, naja. Ob wir jemals noch eine Miene finden werden, beziehungsweise einen Sattel, ich weiß ja nicht. So, folgen wir mal der Lava. Oh oh. Oh oh. Hier ist die Creeper Party, voll die Creeper am Start. Oh, hallo, wie wir so viele Höhlen, 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 Höhlen. Hui, Fledermaus, erschreck mich doch nicht. Ich weiß gar nicht, die Minen, sind die auch auf der, oder ab einer bestimmten Höhe, die Minen, also die Minen, damit meine ich die mit Holz und dem ganzen Kram. So eine Holzmiene halt. Hier ist natürlich nichts mehr. Mal ausleuchten, wissen wir ja, wir waren hier schon. So, wo geht's denn hier noch rum? Wo kommst du denn? Ach, von da oben. Okay. Nein, ich habe die Fledermaus erschlagen. Sorry. Ist doch noch Eisen. Ist ja auch noch runder, oder? Na. So. Oh, das mitnehmen. Eisen mitnehmen. Eisen, Eisen, überall Eisen. Oh, ich habe auch noch eine Fledermaus. Sorry, ich habe deine Frau, oder dein Mann, oder dein Kind, oder so erschlagen. Irgendwo ging es jetzt noch mal runter? Irgendwo ging es doch noch mal runter. Jetzt habe ich verlaufen, ey. Ah. Hallo. Ah, was ist denn das hier? Spawn habe ich auch noch nicht entdeckt, ne? So ein Monster-Spawner. Ja, ist ja gut. Habe ich kein... Was? Die sind auch schon alle weg. Die Fackeln. Ach, egal. Jetzt auf die Eisen, na. Aber es ist auch noch Eisen. Es ist überall Eisen. Wir finden aber keine Mine, wir finden keine Mine. Ich gehe gleich mal wieder raus. Ich bin sowieso verlaufen, ich weiß sowieso nicht mehr, wo es rausgeht. Da oben, ne. Hier waren wir schon mal. Siehste? Da bin ich schon im Kreis gelaufen. Egal. Ab nach oben. Ach, das ist gar nicht gut. Jetzt kommt ein Lied, wo ich dachte, das habe ich eigentlich rausgenommen. Da haben sie sich schon mal bei der GEMA... Ja, GEMA hat sich schon mal gemeldet. Nein! Kann sein, das Lied, was gerade läuft, dass es rausgeschnitten wird von YouTube automatisch. Wenn sie sagt, da ist Dingsbums drauf. Weil die Aldi, die da singt, ne. Wer das Lied kennt, weiß, was ich meine. So, ich bin eh gleich durch mit der Folge. Warum baut das... Ach, ich sollte mal die Erde nehmen statt als Fleisch da. So, welche Ebene sind wir überhaupt? Müssen wir mal gucken, welche Ebene ich hier bin. Ja... Ach, so tief? Ne, ist doch gar nicht tief. Moment, Moment, geht gleich los. So. Aua! So, jetzt sind wir wieder hier gelandet. Schnell nach Hause, Inventar leer machen und dann ist doch schon wieder Schicht in den Schacht für heute. Oh! Goldhemm, Feuerschutz 1, Atmung 1. Oh! Immerhin, ne. Gleich in unsere Sammlung hier. Äh, ich hab doch noch mehr Eisen gehabt. Da, ein ganzes Stecken. Hallo! Jo! Oh, schön mal Gammelfleisch essen. Wollen wir mal reinpfeifen? Ah, kommt noch ein Essen. Naja. So, einmal Lava, gleich rüber bringen. Lalalala. Coming home, coming home. Kann sein, dass das Video automatisch von YouTube rausgeschnitten wird. Wenn das passiert, sorry dafür. Falls ihr jetzt keine Musik hört. Dann liegt das daran, dass YouTube das gelöscht hat. So, Leute. Das war's dann auch. Ja, für heute. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Mal sehen, was ich dann mache. Weiß ich noch nicht. Entweder wir gucken noch weiter nach einer Miene oder wir passen. Was denn an der Brücke weiter oder keine Ahnung. Mal sehen, wozu ich Lust hab. So. Wenn's gefallen hat, natürlich abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Coming home. Coming home. Juhu. 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 Juhu.